Musik Applaus 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 Mozart International Piano Festival and Competition 2021 in Aachen, hier am Standort der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, in Aachen. Herzlich willkommen zu unserem siebten Konzert, was wir innerhalb einer Woche hier während des Festivals durchgeführt haben und durchführen werden. Alle Konzerte mit einem Livestreaming. Ich hoffe, dass sie es nicht nur hier, sondern auch draußen an den Bildschirmen und über das Internet unser Festival verfolgen. Ich freue mich sehr, heute Abend zwei weitere Jurymitglieder vorstellen zu dürfen. Und zwar geht es hier, was wir seit noch nie hatten, hier bei uns am Standort und im Festival, um ein wirklich international hochkarätiges Klavier-Duo Fabio und Giselle Witkowski aus Brasilien und den USA, die auf den internationalen Konzertpodien der Welt überall große Erfolge als Duo feiern, sowohl in China als auch in Südamerika, in Asien, überall in USA und in Europa auch jetzt, hoffe ich, wesentlich öfters auftreten werden. Sie werden uns ein Programm mit großen Meisterwerken aus der Literatur, vierhändig und für zwei Klaviere vortragen. Wir beginnen mit einem der größten Werke vielleicht für Klavierfernig von Franz Schubert, der großen F-Moll-Fantasie. Danach von Sergei Rachmaninoff die zweite Suite, Op. 17, für zwei Klaviere. Und danach, nach einer kleinen, kurzen Unterbrechung von etwa eins bis zwei Minuten, werden Sie uns nach Südamerika entführen, und zwar von Francisco Mignone, die große Suite. Und dann am Schluss eines der berühmtesten Werke für zwei Klaviere von Darius Millot, Suite Scaramouche. Der letzte Satz ist eine Samba à la Brasileira, also sehr passend zum Herkunftsland der beiden jungen, beziehungsweise schon sehr etablierten Pianisten aus Brasilien, die wohnhaft in den USA sind. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind, wünschen uns ein wunderschönes Konzert, alles Gute und ich bitte jetzt das Duo auf die Bühne. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 So we have one more Brazilian piece for you by Francisco Mignone, con gaga. Enjoy. Thank you. 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 Thank you.